Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Was ist das denn für das Bälle da? Das gibt's doch nicht. Wie kann man da hinten in den Dinger spielen? Das gibt's hier viel. Man hält aber auf alle Dinger. Ja. Ja. Krieg auf! Ja. K Nutzen. Ja! Oh man, joh. Oh. Ja. 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 Okay, dann schießt wieder bei die Rauch. Nur auf die Knochen, nur auf die Knochen der Appelage. So, Herr Festen, 5-3 verloren gegen Thomasburg. Woran hat es gelegen? In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen verschlafen, die Tore nicht gemacht und dann drei Glückstore bekommen. Und ich würde sagen, in der ersten Halbzeit ziemlich doll verstarben. Also hat Thomasburg mit Glück geführt? Oder wie ist das zu verstehen? Glück würde ich nicht sagen. Wir haben die Tore vorne nicht gemacht. Wir waren zehn Minuten am Drücker, haben zwei gute Chancen, machen die Tore nicht. Und auf einmal wurden sie warm und haben uns die Hütte vollgerannt. Drei Punkte aus drei Spielen. Das ist keine optimale Ausbeute. Als nächstes geht es gegen Bezendorf-Ebeck. Was nimmt sich die Mannschaft da vor? Ja, auf jeden Fall müssen wir in Dreier einfahren. Alles andere wäre eine Schmach. Warum? Ja, weil wir punkten müssen und gegen den Abstieg. Okay, denn viel Erfolg. Danke.